Der Family Day haben wir vor zwei Jahren initiiert, weil wir uns gedacht haben, die Familienmitglieder, also von unseren Mitarbeitern, die Kinder, Partner, wollen wissen, was macht denn der den ganzen Tag und wo ist denn der den ganzen Tag. Und da haben wir uns dann gedacht, ja es wäre eigentlich gescheit, wenn wir mal alle Familienmitglieder einladen, zu uns ins Office, damit sich die Leute mal das Office anschauen können, wo sind wir, was machen wir und hier stellen wir unterschiedliche Lösungen vor. Also wir haben zum Beispiel so kleine Coding-Workshop, wo Mitarbeiter von uns so kleine Programmierzeilen vorbereitet haben, wo die Kinder das auch versuchen können, welche Auswirkungen das hat, was passiert da. Wir haben eine Virtual Reality Brille da, wo man sich auch anschauen kann, wie schaut das Ganze in der virtuellen Welt aus. Wir haben unterschiedliche Apps und Spiele entwickelt und diese unterschiedlichen Spiele und Apps können die Kinder dann auch gleich ausprobieren. Und wir haben natürlich auch Kinderschminken, wir haben Faschingskrapfen, wir haben Malsachen da, wir haben einen Wickelraum, also alles, was man halt so braucht, damit man Kinder am Nachmittag schön beschäftigen kann. Also letztes Jahr sind wir zusammen gesessen und haben überlegt, wie wir unseren Familien da ein bisschen vermitteln können, was wir da den ganzen Tag und die ganzen Wochen so treiben. Es hat mich sehr begeistert, dass sich viele Kollegen auch gemeldet haben und bereitgestellt haben, Stationen zu übernehmen. Ich bin überzeugt davon, dass gerade für die neue Generation, um kennenzulernen, was ist Digitalisierung, welchen Impact hat das in das tägliche Leben, was machen wir damit, was kann man damit machen, ein bisschen näher zu treten, was macht der Papa, was macht die Mama eigentlich da. Und ich glaube, die verstehen vielleicht heute, wenn sie danach gehen, ein bisschen besser, was ihre Kinder tun.